hallo und herzlich willkommen zurück zu bieten ist es mal kurz weg wird jetzt hier mal vielleicht die händen hier so ja ich pflanze jetzt hier machen denn ich muss den hier bauen den in hand den hier denn in hand blumen borsche und den krieg ich indem ich den wetten hans blumen borsche mache und den trocknen den krieg halt nur mit den dinger wie komme ich denn jetzt an den blumen borsche an also den blumen borsche bräuchte ich erst mal den will ich bauen borsche hier borsche mit den hans borsche dafür brauche ich aber ein borsche mit borsche den könnte ich machen was das denn markwood lief mich irgendwo markwood flowers euch dazu ne markwood die habe ich hier jedoch und markwood habe ich hätte jetzt hier alle und pflanzen weil irgendwie muss man die dann auch noch mal ernten uns ausgewachsen sind man sieht wenn die ausgewachsen sind hier irgendwie mal rechtsklick hier 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 es acts like a berry das ist jetzt die frage machen wir noch ein paar von denen den machen kann man nie noch haben aber hier steht halt nicht dabei wann die und ausgewachsen sind kann ich das vielleicht mit und wie verbessern lassen ich mache ich mal bei jedem dinge so ok habe ich hier er ist gekriegt und blau aus nicht eigentlich abbauen ich dir eine wenn das mit hohenmüll geht ok bohne miele auch mehr okay dann möchte ich habe ich dann zieht ihr jetzt noch die kann ja rechtsklick gedrückt heute noch mal ich bohne drauf und gleichzeitig ernte ich die pflanze halt zu viel das muss hier so nur ein von den wettdingern da sollte man reichen okay hohenmüll weg ähm flowers belladonna flowers belladonna flowers wack mit flowers da sind belladonna berries ähm magut yellow leaves yellow flowers magwood leaves yellow 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 doch lieb hab ich nicht doch berries gekriegt warte mal belladonna berries ähm ich hab essen noch an ne was natürlich doofes machen wir das mal wieder aus so belladonna berries magut lieb magut flowers 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 magut lieb also da hat man nur berries rausgekriegt und ich brauche brauchte ich denn den wett ne ach schon boom und wett okay magut lieb und yellow dog lieb lieb habe ich die magut lieb und yellow dog lieb die brauche ich ne die kann ich ins system packen war war doch das rezept hier so dass ja das ist habe ich hier oben nicht angeheftet oder doch da ist es doch ne ja das ist alles was ich brauche plus 500 milliliter wasser ja reicht doch mal plus 500 milliliter wasser jetzt noch wasser drinne hier ja klar kann ich das hier rausnehmen äh kann ich das hier nicht rausnehmen 667 milliliter ok soll ich hier wasser rein bekommen aber drin ist nix drin ne mach ich das mal hier so zyndi hat hier mit angefangen ne 1000 finger sind drin nein so ok ok achso warte die habe ich ja noch gar nicht rausgenommen ne richtig so ok ich glaube das war da das war da da war einer oben einer unten und das sieht man einfach so verteilen sollte gehen jetzt da was da wird was gemacht guck guck cheerio ich habe einen wett braun braun dingsbums egal aber jetzt wollte ich noch mal einen frying rack wo ballere ich das hin wo kann man das hinballern wieso ne dann hänge ich es da hin so und du kommst da ran so jetzt heißt es nur noch warten ok ok und dann hätten wir wixerei fertig perfekt ok jetzt komm trockne jetzt nicht anders nee 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 so dann habe ich den und um den zu machen Enhanced Broom Bosch Enhanced Broom Bosch ne und ich brauche einen Enhanced Broom Bosch das ist der ne hat geploppt also jetzt für dich erst für dich ne guck mal hier war es das ja ich habe den wie gebe ich den jetzt ab ne ne hier kommt ein Red Broom Bosch und dann habe ich den Enhanced Broom Bosch den habe ich doch soll denn das ach nee das ist ein Broom Bosch ich brauche ja den Enhanced Broom Bosch ok Red Enhanced Broom Bosch den muss ich erst bauen ah ja warte das war mal wieder mit wasser ne mit wasser war das wo ich noch wasser dann mache ich das noch schnell fertig so was war denn jetzt not eaten jetzt ach ja ich weiß es nochmal hm das waren die Berries und zwar und zwar das Berry habe ich noch nicht gegessen äh und die die sind die jetzt noch die habe ich noch nicht gegessen eaten die habe ich noch nicht gegessen die habe ich noch nicht gegessen ok uah da war ich doch mal kurz auf dem Desktop und nur so machen und nur so machen so das Berry habe ich die Berries jetzt wie hießen die jetzt noch mhm mhm und da Markwood Flowers ich bin wieder da machen die das ah nein naja egal so warte hier drauf gehen das Ding hätte ich gerne an die an die enhanced broom ne an die enhanced broom ne ich habe irgendwie Fehler gefunden warum ich die Tfue nicht abgeben könnte es ist einfach siehst liquid die Tfue nicht ist normal ich verflüssig das gerade ja ok ja ich muss den enhanced broom bush abgeben so und dafür brauche ich den wet enhanced broom bush und wie mache ich den so ok dafür habe ich nämlich den broom bush gebraucht ok was haben wir denn hier nicht wir haben keine Mandrake Roots mehr dein Ernst ähm vielleicht sollte ich das ganze mal über System machen so zack zack das muss ich machen oder das ich hätte den ah ok ich hätte den gleichen nehmen können ok hier habe ich alles so aber hoffentlich gleich mit Hexerei für dich so ok pass auf das war hier oben dann ne wet enhanced broom bush war das da da habe ich mal da oben hin so der da dann na schwierig belladonna flowers belladonna berries und mein Dreckrot belladonna flower ne belladonna flower nee belladonna flower belladonna berries die ich immer noch nicht gegessen habe und die mir nicht angezeigt und mandrake root ne genau dann mandrake flower mandrake root ähm mandrake flower mandrake root dann die anderen beiden aber die reihenfolge ist ja richtig ne markwood flowers und yellow things bombs markwood flower und die yellow things bombs hier so wet enhanced und muss ich das nochmal das ist doch wet enhanced ja genau warte magwood magwood flowers wieso esse ich jetzt schon wieder die hier ne ja die habe ich noch nicht gegessen ich hänge mich auf jetzt muss es nur noch fertig werden alle da gehen mir diese endermänner auf die nerven wimm wimm weißt du wir uns geht auch sonst alles besser wenn das nicht drin geblieben ist nicht raus ich hätte ich die nicht essen sollen donna berries ich muss ja ja alles essen das ist halt das ding und jetzt kann ich wieder das hier an machen vielleicht gibt es ja noch mal da das war was anderes kommt jetzt trockne trockne soviel zur hexerei zwar nicht viel gemacht mein meister zündige macht aber wenn der nie kommt er ist empty und da ist blut drin wie riecht man da blut denn da eigentlich aus oder würdest du bitte essen fertig ist er fertig er sieht noch wett aus das ist immer noch wett 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 das hat club gemacht ich hab's gehört er hat hat auch zeit gegeben hier ne hexerei wäre somit fertig dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen gehabt euch gut und tschüss auf wett